Puh, what's up Freaks, willkommen zu einem weiteren Let's Angezockt von mir Sulfa zum Spiel Quantum Rush Zu diesem Spiel gibt es eine kleine Vorgeschichte Normalerweise habe ich keine Vorgeschichten zu den Spielen Dieses ist aber hier, hier ist wirklich etwas Besonderes Und zwar, es hat ganz simpel angefangen Ich habe gestern in meine YouTube Nachrichten geschaut und Hab dort die Nachricht entdeckt Ja, hier Hello, we see that you're Expertised in Racing Games Also, dass ich richtig gut in Racing Games bin Okay, ich spiele eigentlich keine Racing Games Aber ich habe mir gedacht, ja Hm, was wollen die jetzt eigentlich von mir? Video war angehängt, ein Closed Beta Key Und eine Einladung quasi zu ihrem Spiel Quantum Rush Ein Glider-Rennspiel mit Waffen Ähnlich wie F-Zero GX Dachte ich mir auch genau in dem Sinne Das muss ich jetzt mal anzocken Das musst du jetzt mal ein bisschen zocken Ich meine, es sieht wirklich ähnlich aus wie F-Zero GX Auch Pickups, also okay, Pickups gab es bei F-Zero jetzt nicht Aber halt, dieses Racing Gefühl ist da Habe ich mir gedacht So habe ich es mir runtergeladen, mich angemeldet Anmeldung, runterladen, tipptopp Null Problem, super fix gemacht Jetzt sind wir im Spiel Äh, Grafik Ja, Grafik ist simpel Es ist, man muss anmerken, es ist ja auch wie gesagt Nochmal Closed Beta Ähm, ich habe jetzt alles so auf hochgestellt Hier bin ich mir allerdings nicht sicher, was hoch ist Ja, wenn ich ganz ehrlich sein darf Überhaupt nicht sicher hier Äh, dementsprechend habe ich das erstmal so gelassen Sonst ist alles so hoch wie es geht hier Shadow Quality, Soft, High, bla 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 Ähm, ich bin jetzt gerade schon mal eine Reinenstrecke gefahren Es ist ein bisschen Ich möchte sagen, ungewöhnlich Erstmal, wir gehen ins Racing Oder ne, bevor wir ins Racing gehen Äh, wir haben hier verschiedene Marksachen hier Ähm, Highscore, wir haben hier die Optionen Habt ihr ja gerade schon gesehen Wir haben hier Racer Aus denen wir auswählen können Anscheinend Äh, kann ich drehen Configure, oh Gott Also siehe, hier Iron Energy Nitro One Nano One Also bisher noch Etwas, mit dem ich noch nichts anfangen kann Ich betone noch Ich betone noch nichts, denn Ich hoffe, ich kann bald damit etwas anfangen Ja Haben wir hier Research Also Forschung Uiuiuiui Locked Locked Wow Leute, seht ihr das hier gerade Okay Ich vermute, wir verdienen Research Points Nach jedem Rennen Ich betone, ich vermute es Ich weiß es noch nicht So, wir gehen mal in den Race rein Etwas, was mich momentan noch stört Das werden wir übrigens erstmal Arena Practice Mode, Speed Race und Death Race Nur im Death Race gibt es logischerweise die Waffen Im Speed Race geht es nur um Speed Und Practice Mode ist, naja, Training Typisch So, wir sind jetzt hier schon im, ähm Quasi Ja, wir haben jetzt quasi schon einen Server gefunden Weil momentan geht es anscheinend nur gegen Bots Ich habe hier jetzt bisher noch Oder ist es doch ein Server? Ich weiß es nicht Ganz ehrlich, ich weiß es nicht genau Vorhin hatte ich so ganz typische Bot-Namen in meinem Server gehabt Da habe ich mir so gedacht, ja, das sind bestimmt Bots Obwohl hier im Arnold, wir haben Professor Evil Den Dragon Rider Ich glaube, das sind auch Bots Vor allem, ich bin ja der Einzige, der abstimmt Dementsprechend Ich bin, also ich spiele gegen Bots Es gibt hier noch kein, ähm Richtiges Server-Suchsystem Was natürlich verständlich ist in der Closed Beta Obwohl in der Closed Beta nicht in der Alpha vielleicht In der Beta Hm Weil es ja auch als Multi-Online-Spiel beworben wird Also Multiplayer-Online-Spiel Ähm Nun, was mich jetzt halt persönlich momentan stört Ist, da es ja nur gegen Bots geht momentan Dass ich trotzdem eine volle Minute warten muss Bis das Spiel startet Noch ein Kritikpunkt Denn gerade bei meinem ersten Test-Race Muss ich ja wirklich hart kritisieren Man kann Es gibt keine, es gibt kein Pause-Menü Okay, es ist ein Online-Racing-Game Also, ja, logisch, dass es kein Pause-Menü gibt Nur es ist halt momentan noch mehr oder weniger Single Aber, äh, ich weiß nicht, was das für eine Strecke war Ich wurde rausgeportet Ich wurde aus der Strecke geportet Und da es ja kein Escape-Menü gibt Ich meine, es sollte zumindest ein Menü geben Weil ich kann es auch nicht beenden, das Spiel Ich kann das Spiel anscheinend nur beenden Wenn ich die Strecke schaffe Steuerung ist auch etwas, äh, gewöhnungsbedürftig Es steuert sich logischerweise mit W Boost ist auf S Also eine richtig eklige, ähm, Haltung hier Ich hoffe, ihr hört mich übrigens jetzt noch Denn ich hab den Sound nur What the fuck? Ha, 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 ha Leute, das ist mein zweites Rennen Und ich bin schon wieder aus der Strecke geflogen Ich fass es nicht Wow Wow Ähm, ähm, ähm Ja, ich mach mal kurz einen Cut Wir sehen uns gleich wieder So, Leute, ähm, ja Es geht sofort weiter Wie man hier sehen kann 5, 4, 3, 2, 1 Ja, nochmal dieselbe Map Canyon Und Mal gucken Wie das jetzt so laufen wird Ich bin ja jetzt wirklich gespannt So, ich glaube, ich war gerade bei der Steuerung gewesen Wo ich dann anfangen wollte Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig Denn es gibt zwei Wege zu steuern Ich werde gleich übrigens, äh, versuchen Zumindest hier anzuspielen Aber ich werde vermutlich nicht gut sein Denn ich will auch ein bisschen Steuerung zeigen Und so weiter und so fort Denn es steuert sich nicht nur mit WAS Äh, ich meine mit WAD Denn es ist ja Boost Sondern auch mit Q und E Denn Q und E ist das hier Diese leichte Richtungsveränderung Und Au Ich weiß nicht mal, was das war jetzt gerade Und dann gibt's halt noch das andere Lenken Ich betone mal das andere Lenken Denn ich komm hier nicht von der Wand weg irgendwie Ähm Ich weiß gar nicht, was hier gerade los ist Wirklich Ohne Witz mal Was passiert hier? Was, dass ich mit Leertaste schießen kann Und ich weiß, dass ich hier nicht nur mit dem hier Um die Kurve komme Anscheinend ja doch Verwirrend Es ist ein ganz ekliges Gefühl Mit Tastatur zu steuern Das Ding sollte man wirklich mit Gameplay spielen Und ich hab meine erste Waffe bekommen So halb zumindest Denn Ich kann ja auch nicht bremsen Es gibt ja keine Bremse hier Es gibt ja nur Boost Wartet mal Oh mein Gott Ih, brenne ich jetzt? Bin ich gleich kaputt? Warum bin ich denn gleich kaputt? Ich glaub also Fähigkeiten setze ich wohl mit Alt ein Oder auch nicht Das ist so Bullshit gerade Ne, also mit Eins Also ich kann meine Fähigkeiten jetzt auch nicht einsetzen Eigentlich heißt es Fähigkeiten einsetzen mit Alt Okay, das war jetzt was Ich weiß aber nicht, was es war Ah, okay Ich weiß jetzt aber auch nicht, was ich gemacht habe Ich meine, der ist wohl verwirrt Irgendwie Und Oh, ich bin so verwirrt Yay Ich kriege Ich fahr Ich fahr Man merkt nur diese kleinen Ruckeler manchmal zwischendurch irgendwie Und ich fahr immer gegen Wände und ich kann es nicht verhindern Meine Was soll das denn jetzt bitte? Es gibt keine Bremse Es gibt kein Ja und diese Und die Steuerung ist Wow Ihr merkt dieses Ruckeln Merkt ihr das? Das liegt nicht an Fraps oder irgendwas Das liegt am Spiel Selbst What the Okay, auch das Rücksetzungs- Ich werde jetzt mal nur mit Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit mit Q und Ähm Ich meine mit A W A W A D gesteuert Ich werde jetzt mal nur mit Q und E steuern Ob das besser ist Weil Eine Sache muss ich hier nämlich sagen Man kann Q Also man kann die Hauptrichtungstasten Und die Neu- und die anderen Richtungstasten Nicht gleichzeitig drücken Das hat Keinen Effekt glaube ich Oder? Okay, ich gehe schon wieder kaputt Danke Oder doch Oder Oder wie Warte mal Ich drücke jetzt nochmal Ne, doch Wenn man beide Tasten gleichzeitig drückt Sie haben mich gerade überrundet Wenn man doch Beide Tasten gleichzeitig drückt Das heißt A Und Q Gleichzeitig Oder E und D Gleichzeitig Dann macht man Eine harte Scharf Da macht man Eine scharfe Kurve Wow Wow Leute Das ist halt Das ist Hauptsächlich für den PC entwickelt Ich meine Wirklich Mann Wirklich Mann Ich muss So wie Das ist jetzt zumindest Das Verständnis Was ich hierzu habe Ich muss beide Tasten Ich muss sie gleichzeitig drücken Denn sonst kriege ich Keine scharfe Kurve hin Das ist übrigens die Strecke Bei der ich das erste Mal Von der Strecke geflogen bin Ne Ich mach Ne Ich mach jetzt nicht noch ein Match Ne Äh Entscheidung ist gefällt Also meine persönlich Über das Spiel Ich meine Wenn ich zwei Tasten Zum lenken drücken muss Weil es mit einer Taste Nicht gereicht What Hä Logik Ne Irgendwie nicht Oder Es kann natürlich jetzt auch sein Dass ich irgendwas Vollständig falsch mache Aber Nur um was zu gucken Also wir haben hier Accelerate Mit auf W Oder I Ja okay Wir haben hier ein bisschen Steuerung Und haben die Steuerung Doppelt belegt Was ich mich auch nicht verstehe Ich meine What the fuck Äh Ja hier Steer left Steer ride Also A und D Air brake left Air brake ride Das heißt wenn ich die beiden Und die Air brake Also Bremse What Also Ja Ich bin wirklich Hart verwirrt Aber ich verstehe es ja Trotzdem richtig Dass ich Also dass ich jetzt Anscheinend mit Q und E Bremse ich Und gehe in die Kurve Anscheinend Also Aber ich muss trotzdem Wow Leute Es ist wirklich wahr Man muss zwei Tasten Zum lenken drücken Weil es sonst nicht Vernünftig geht Es gibt nicht nur Eine Taste Für das Bremsen Es gibt zwei Tasten Es gibt extra Richtungstasten Zum Bremsen Ich meine Was zur Hölle Das Booster auf S Ist natürlich auch Hart fail Use Pickup Ich habe ja gerade Die ganze Zeit Alt gedrückt Und es Ja okay Es ging am Schluss Dann aber Oh mein Gott Oh mein Gott Primary Weapon of Space Ihr habt ja dieses Kleine Laserstrahl Manchmal gesehen von mir Ähm Switch Pickups X Es kann man keine Drei einsäuren Remove Pickup F und B Placements Window Oh Gott ja Ja okay Also das ist ja normal Standard Wo auf welchen Platz Bist du gerade Ne also Ähm Es ist ein schöner Versuch Von mir Wegner Wenn sie nachbessert Dann auf jeden Fall Naja Es ist vielleicht Ein Blickwert Also ihr merkt Ich habe meine Probleme mit dem Spiel Mir gefällt es Absolut nicht Eure Meinung Würde mich gerne Interessieren Ich hoffe Ihr schreibt es In die Kommentare Wir sehen uns Beim nächsten Mal Wieder Bis dahin Ciao Ciao